Das ist Robert. Er ist Mitarbeiter bei Axel Springer. In einem Meeting wird über SEO-Maßnahmen gesprochen. Robert hat davon schon mal gehört, aber eigentlich weiß er gar nicht, was SEO ist. Er traut sich und fragt, was ist SEO? Da kommt Max ins Spiel. Er ist Head of SEO bei BildDigital. Er erklärt, SEO steht für Search Engine Optimization, übersetzt Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinen wie Google nutzen hunderte von Ranking-Kriterien, um den Usern immer die besten Ergebnisse zu ihrer Suchanfrage anzuzeigen. Viele sind bekannt, aber die Gewichtung ist ein gut gehütetes Geheimnis und verändert sich ständig. Max erklärt, dass es viele Möglichkeiten gibt, um mit seiner Seite Erfolg zu haben, aber nicht alle sind vereinbar mit den Google-Richtlinien. SEOs, die sich daran halten, nennt man White Hat. Alle, die sich darüber hinwegsetzen und die Suchmaschinen bewusst täuschen, nennt man Black Hat. Große Unternehmen, Webseiten oder Portale sollten immer auf White Hat setzen. Um den Nutzer und auch die Suchmaschinen von Roberts Seite zu überzeugen, empfiehlt Max, die Webseite sauber und strukturiert zu programmieren und darauf zu achten, dass auch Texte und Überschriften die passenden Keywords enthalten. Ständig aktualisierte und leicht erreichbare Inhalte mit vielen Bildern und Videos erfreuen nicht nur die Suchmaschinen, sondern lassen den User regelmäßig wiederkehren. In den sozialen Netzwerken wird nun auch viel über Roberts Seite geredet und die besten Inhalte werden häufig öffentlich empfohlen. Andere Webmaster zitieren Robert jetzt als Experten in seinem Themengebiet und verlinken auf die tollen Inhalte seiner Webseite, was die Besucherzahlen seiner Webseite erhöht. All diese Signale werden in der Suchmaschine verarbeitet und sichern einen Platz weit oben in den Suchergebnissen. Das freut Robert, Redakteure, Marketinger, Betriebswirt und User zugleich. Hast du auch Fragen zu SEO? Maximilian Mohr und sein SEO-Team wissen mehr.